ja hallo zusammen da bin ich wieder mit einer neuen folge nein ach schnauze heißt das spiel nicht sondern last epoch ja hier sind mal wieder gegner unterwegs die uns aufs maul wollen oder die uns aufs maul hauen und uns an die wäsche wollen whatever und das können wir natürlich nicht zulassen das geht natürlich nicht das zeug nehmen natürlich alles mit wieso lebst du noch ja ja gekräftet habe ich immer noch nicht bisher sah ich noch keinen grund dafür wobei ich natürlich lud technisch auch noch nicht so gesegnet war bisschen bisschen der menschen werden schön so zwei neue solche überpassen würden aber nein ich bin nicht gierig niemals würde mir nie einfallen das mögen wir gar nicht nervt nicht da können wir lang ja das ist jetzt gut dann können wir auf jeden fall hier einen punkt wo ich weiß gar nicht was ich als letztes gemacht habe das ist was was ich noch nicht so ganz verstehe ich kann hier nichts reinpacken freunde also steht hier auch irgendwie nicht dabei aber ist noch verschlossen hier also ist wahrscheinlich vom level abhängig gehe ich mal davon aus dort rating ausweichen waren wir was war das hier ja das ist natürlich nice 10 prozent per point auch nice 60 prozent und dann schauen wir mal weiter also noch haben wir nicht genügend punkte in die hauptklasse irgendwie investiert würde ich jetzt mal vermuten weil es ich sehe halt einfach noch keine kleine möglichkeiten dazu die spezialisierung ist bei dem bild so wie ich spiele glaube ich schon mal ganz klar und eindeutig muss man ja mal in aller deutlichkeit zu sagen wo geht es da hin also temple of the terror moment mal nein da wollen wir doch gar nicht hin das wäre ja zurück ach das ist das alles klar wir sind sozusagen einmal im kreis gelaufen ach komm hier ist das echt der kreis gelaufen so so was denn ach hier ich weiß halt auch überhaupt nicht was max level und so weiter und so fort ist kann ich absolut nicht sagen da gab es einen punkt mögen wir finden wir gut ey freunde können wir dann nochmal aufhören jetzt mal gut so pünktli ok heels gain machen wir mal hier rein so finde ich gut weil jetzt kann man nicht genug kriegen ich glaube das hat mich schon häufiger den arsch gerettet dass ich hier gerne beim zuschlagen vor allen dingen wir machen ja auch relativ schnell damit kann man häufig schon ausgleichen außer kommt von one shot rein dann siehst du auch da doof aus aber das geht schon also bisher funktioniert das ganz gut hey freunde sag mal hallo eine handachse naja das nehmen wir trotzdem erstmal einfach mit da stehen und schnell zählen da fühlt man sich ja wie im besten japanischen restaurant hier wird ein wenig zu schief gemacht also bis hierhin bin ich überrascht wie gut er läuft er läuft besser als die bogenschützer in vorn oder in meinem ersten versuch der dann ja ganz ganz hemmungslos in die hose ging und nicht weil ich zu blöd war sag mal ach da ist auch noch einer so ja gefällt mir wirklich 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 gut ich muss ehrlich sagen das spiel macht mir spaß verstehe gar nicht dass das eigentlich so im kleinen also jetzt nicht so bekannt ist sagen wir es mal so also ich bin ja durch eine zuschauerin darauf aufmerksam geworden und muss mich da echt auch bedanken das macht echt spaß das hat auch damals schon spaß wieso da oben wieso da oben er sagt mich soll da oben nach da oben ist glaube ich moment mal ach ich verwechsel es immer wieder naja gut wir gehen trotzdem nein 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 so ist jetzt gut so wir müssen aber wir gehen jetzt erstmal da unten erklären das da auf also ich finde es jetzt wirklich ist ein gutes action rpg ich mag das skillsystem eigentlich recht gerne auch wenn ich noch alles so durchschaut habe ja ist ja gut spezialisierungen sind gut also mir macht echt spaß so gut ich mag dasね ach 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 gut naja ach gut ich weiß nicht ich weiß nicht x5 mal ach weil ich weiß nicht da fällt mir dann sogar die zigarette aus weil man nicht genügend zeit dazu ziehen nun der ist auch noch was auf jeden fall kann das mal lassen muss man hier auf distanz schnauze so ist auch noch weiter mann ist das groß wir auch mit hier ich vergesse es immer wieder dass es tap ist naja gut wir gehen jetzt mal dahin ich weiß nicht wo das hinführt bis jetzt gut ich war gerade am zigaretten auswacht du arsch es ist jetzt noch nicht ganz jetzt ist ruhe ich glaube fast wieder dass mein mikro zu leise ist muss ich mal nach der nach der aufnahme prüfen ich habe die andere jetzt schon gerendert nicht dass die noch mal ändern muss könnte aber wo führt das ist auf jeden fall hier scheint aber hier geht es auch nicht nach oben hier ist wirklich schicht im schacht jetzt ist noch nicht schicht im schacht da unten geht es noch weiter schwierig 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 da geht es nicht weiter da ist irgendwie was wo wir hin müssen ich gehe jetzt trotzdem noch mal weiter nach da auch wenn mir das spiel sagt ich soll da hinten hin gehe ich jetzt hier noch mal runter ja alle schön Ach, scheiße. Jetzt schon wieder? Leck mich doch am Arsch. Ja. Aha. Okay, ich weiß nicht, was das hier soll. Fragt mich bitte nicht. Ich werde es jetzt einfach mal hemmungslos anklicken. The Shards of the Epoch in your possession are calling you to start a bar... Ah, Ruf... Ah, gut. Ey. Da ist mal ein Portal aufgegangen. Ich weiß nicht, ob wir da rein sollen. Ich tue es einfach mal. Auf jeden Fall gibt es ja ein uralen Tempel. So, und so sah es dann aus, als er noch heile war, oder was? Äh? Was soll das? Wollt ihr mich verkackern? Ich glaube schon, ne? Ich komme hier gar nicht weg. Was soll denn der schwach sein? Hier bin ich wahrscheinlich schon zu früh. Ich sollte hier vermutlich noch gar nicht sein, weil die kommen ja auch nicht weg. Das ist das Problem. Und mit den Dinger da oben kann ich auch nichts anfangen. Und nicht interagieren oder so. Naja, das war der Weg, warum sonst? Teil 1. Dann gehen wir wieder zurück. Wieder in den Ruintempel. Na gut. Hä? Keine Ahnung. Naja, gut. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich gehe in der Pause verticken. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.